Osiris und Isis Keb und Nut hatten zwei Söhne miteinander, Osiris und Seed, und zwei Töchter, Isis und Neftes. Isis war das Weib des Osiris, Neftes das Weib des Seed. Keb übergab Osiris das Königtum von Ober- und Unterägypten. Er gab dieses Land in seine Hand, sein Wasser, seine Luft, seine Kräuter, all seine Herden, alles, was fliegt und alles, was schwebt. Seine Würmer und sein Wild wurden dem Sohne der Nut gegeben, und die beiden Länder waren zufrieden damit. Er befestigte die Wahrheit in Ägypten, war ruhmreich, wenn er den Feind fällte, und kräftig, wenn er seinen Gegner tötete. Die Furcht vor ihm war seinen Feinden eingeflößt, und er erweiterte die Grenzen. Er herrschte aber nicht nur über die Menschen, sondern auch über die Götter. Die große Neunheit der Götter lobte ihn, und die Kleine liebte ihn. Seed aber war seinem Bruder feindlich gesinnt und trachtete ihm nach dem Leben. Lange Zeit vermochte Seed nichts gegen seinen Bruder, denn Isis war sein Schutz und wehrte die Feinde ab. Sie war klug mit trefflicher Zunge, ihr Wort fehlte nicht, und sie war vorzüglich in Befehlen. Sogar dem alten Reh, ihrem Urgroßvater, war sie überlegen. Sie war die klügste aller Weiber, klüger als Menschen, Götter und Verklärte. Es gab nichts im Himmel und auf Erden, was sie nicht gewusst hätte. Nur den geheimen Namen des Reh wusste sie nicht, aber auch ihn brachte sie durch List in Erfahrung. Reh war nämlich alt geworden. Sein Mund zitterte, und er warf seinen Speichel auf die Erde. Isis knetete ihn zusammen mit der Erde, die an ihm war. Sie formte es zu einem herrlichen Wurm. Sie ließ ihn nicht frei vor sich herlaufen, sondern legte ihn versteckt auf den Weg, den der große Gott zu spazieren pflegte, wenn sein Herz ihn zu seinen beiden Ländern hinzog. Als sich nun der ehrwürdige Gott erging, stach ihn der Wurm. Die Stimme seiner Majestät drang bis zum Himmel. Seine Götter fragten, Was gibt es? Aber er konnte nicht antworten. Deine Lippen bebten, Und all seine Glieder zitterten. Und das Gift ergriff seinen Leib, Wie der Nil das Land ergreift. Als er sich etwas beruhigt hatte, Rief er sein Gefolge. Kommt, die ihr aus meinem Leibe entstanden seid. Etwas Krankhaftes hat mich verletzt. Ich fühle es, Aber meine Augen sehen es nicht. Ich habe nie ein Leid gekostet gleich diesem. Ich bin der Große, Der Sohn eines Großen. Mein Vater und meine Mutter Haben mir meinen Namen gesagt. Er ist in meinem Leibe verborgen seit meiner Geburt, Damit nicht Zauberkraft gegeben werde, Einem, der gegen mich zaubern will. Als ich ausging, Verletzte mich etwas, das ich nicht weiß. Es ist nicht Feuer und ist nicht Wasser, Aber mein Herz ist in Glut, Mein Leib zittert, Und all meine Glieder frieren. Mit den anderen Gotteskindern kam auch Isis, Deren Mund voll Lebensatem ist, Deren Spruch die Krankheit vertreibt Und deren Rat den Lustlosen belebt. Was gibt es, Was gibt es, göttlicher Vater? Siehe, Hat dich ein Wurm verletzt, Hat eines deiner Kinder Seinen Haupt gegen dich erhoben, So werde ich es durch einen trefflichen Zauber fällen. Als Reh erzählt hatte, Was geschehen war, Sprach Isis, Sage mir deinen Namen, Mein göttlicher Vater. Der Mann, Dessen Namen genannt wird, Bleibt Leben. Der Kreisegott antwortete, Ich bin der, Der Himmel und Erde gemacht hat, Die Berge knetete und schuf, Was darauf ist. Ich bin der, Der das Wasser machte Und die Himmelsflut schuf. Ich bin der, Der das Jahr eröffnet Und den Strom schuf. Ich bin Chepre am Morgen Und Atom, Der am Abend ist. Aber das Gift wich nicht, Und Isis sagte, Dein Name ist nicht bei dem, Das du mir gesagt hast. Sage es mir, So geht das Gift heraus. Der Mann, Dessen Namen genannt wird, Bleibt Leben. Weil das Gift wie Feuer brannte, Konnte Reh nicht länger widerstehen. Die Majestät des Reh sagte, Ich will mich durch Isis überreden lassen. Mein Name soll aus meinem Leib In ihren Leib übergehen. So erfuhr Isis den großen Namen des Reh, Den sie nun ihrem Sohn Horus mitteilte, Und das Gift starb. So klug und zauberkundig war Isis Und schützte Osiris, Wie es auch oft bildlich dargestellt wird. Seed versuchte es mit List, Und es gelang ihm, Osiris zu töten, Und seine Leiche in einem verschlossenen Kasten Ins Meer zu werfen. Isis aber wußte nicht, Wo sich die Leiche ihres Gatten und Bruders befand. Sie suchte ihn, Ohne zu ermüden, Kummervoll durchzog sie das Land, Und ruhte nicht aus, Ehe sie ihn gefunden hatte. Der Höchste der Götter aber hatte Mitleid mit ihr. Reh sandte seinen Sohn Anubis vom Himmel, Dass er Osiris bestatte. Anubis fügte die Leiche in ihren Knochen wieder zusammen Und mumifizierte sie. Isis aber ließ Luft entstehen mit ihren Flügeln. Da lebte Osiris wieder auf, Reckte den Arm, Legte sich auf die Seite Und erhob das Haupt. Und wenn er auch nicht mehr Auf Erden König sein konnte, So war er fortan Doch der König aller Toten. Aber auch auf Erden Sollte er noch siegen, Durch seinen Sohn Horus, Und auch Isis Durch ihn getröstet werden. Als sie sich nämlich in Gestalt eines Falken Auf den Leichnam ihres Gatten Niedergelassen hatte, Wurde sie schwanger. Sie floh vor den nachstellenden Seeds In die Sümpfe des Delta, Gebar dort den Horus Und säugte das Kind in der Einsamkeit, Man weiß nicht wo. Dieses Bild, Wie Isis den kleinen Horus Auf dem Schoß hält, Wurde zu einem ägyptischen Lieblingsbild In immer neuen Variationen. Das Vorbild jeder Gottesmutter, Wohl auch der späteren Madonna mit dem Kind. Im Verborgenen wuchs Horus heran, Bewacht und betreut von Isis, Beschützt auch von Buto, Der Schutzgöttin des Delta. Als er mancherlei Gefahren glücklich entgangen Und sein Arm stark war, Kämpfte er gegen Seed. Ein furchtbarer Kampf, Bei dem Seed verstümmelt wurde Und Horus sein Auge verlor. Aber Tod, Von Reh entsandt, Brachte die Streitenden wieder auseinander Und heilte sie. Er spieh auf das Hauge des Horus Und es wurde wieder gesund. Horus aber gab sein Auge Seinem Vater Osiris zu essen, Durch welches Opfer kindlicher Liebe Osiris neu belebt, Beseelt und mächtig wurde. Als Isis den siegreichen Horus In die Halle des Keb führte, Begrüßten ihn die hier versammelten Götter. Sei willkommen, Osiris Sohn Horus, Mutiger, gerechtfertigter Sohn der Iris und Erbe des Osiris. Aber Seed verklagte ihn um das Erbrecht. Da hielten die Götter in der Halle des Keb Gericht ab, Sie prüften die Anklage Und wandten dem Unrecht den Rücken zu. Tod, der Gott der Weisheit, Nahm sich seiner besonders an. Man fand, Dass das Wort des Horus wahr sei. Man gab ihm die Würde seines Vaters Und er ging hervor, Gekrönt nach dem Befehl des Keb. Er ergriff die Herrschaft beider Länder Und die Krone blieb auf seinem Haupt. Seed wurde für besiegt, erklärt, Und Osiris konnte den Fuß auf ihn setzen. Seitdem herrscht Osiris über die Verstorbenen Als erster derer im Westen. Als erster der Lebenden aber herrscht Horus auf Erden, Dessen Thron die Pharaonen als seine Nachfolger einnehmen. Horus hatte vier Söhne. Als Anubis sie suchte, Weil er sie zum Schutz der Beerdigung des Osiris brauchte, Konnte er sie nicht finden, Denn sie befanden sich in einem Gewässer, Wo Isis sie in einer Blume wachsen ließ. Da ließ man Sobk, Den Herrn des Sumpfes kommen, Sie zu fischen. Als er sie unter seinen Fingern Im Wasser zappeln fühlte, Zog er sie mit seinem Netz heraus. Dieser Mythos, Der auch das Abendland bis in die neueste Zeit Immer wieder beschäftigt hat, Findet sich nirgends bei den alten Ägyptern So zusammenhängend wiedergegeben, Wie er hier nach Erdmann erzählt wird, Sondern immer nur stückweise In Grabkammern oder Totenbüchern und Zaubersprüchen, Nach den besonderen Bedürfnissen, Die gerade vorlagen. Auch dies wieder Ein bezeichnendes Beispiel Für das geringe Interesse der Ägypter An logischer Darstellung, Selbst in den für sie wichtigsten Begebenheiten Ihrer magischen Mythologie. Die erste logisch zusammenhängende Darstellung Des Mythos von Osiris und Isis Hat nicht ein Ägypter, Sondern ein Grieche gegeben, Plutarch. Und entsprechend der Wandlung des ägyptischen Kultes Zu dem alexandrinischen, Durch Wirksamkeit der Ptolemäer, Ist dabei Isis in den Vordergrund Und Osiris in den Hintergrund getreten. Im alten Ägypten Stand aber durchaus Osiris im Mittelpunkt des Interesses. Denn sein Tod und sein Erwachen zu neuem Leben Bot die Entsprechung Für jeden Ägypter, Der, Als Toter durch Magie Zum Osiris gemacht, Nun auch wie Osiris Auferstand zu neuem Leben. Bot in den ältesten, Uns bis jetzt zugänglichen Zeiten, Der Pharao Einer solcher Entsprechung, So sicher vom Mittleren Reich an, Fast ausschließlich Osiris Und sein Schicksal. In der rechten hält er den Wedel, Genau wie ein altägyptischer Fliegenwedel, Was zu einem Totengott sehr gut passen will. Viel besser als eine Geißel, Wie viele Ägyptologen das Instrument benennen. In der linken hält er den Herrscherstab, Hinter ihm hängt an einem Pfeile ein Fell, Das uns noch beschäftigen wird. Alle Totenmagie Kristallisiert sich um die Mumifizierung Und die Rechtfertigung des Osiris In der Halle des Keb, Die zur Halle der beiden Wahrheiten wird. Im Totenbuch Wird jeder Tote als Osiris angeredet. Immer wieder heißt es in ihm, In unzähligen Variationen Bei der Einbalsamierung, O Osiris, Empfange den Festgeruch, Der deine Glieder schön macht. Empfange diesen Wohlgeruch, Damit du dich mit dem großen Sonnengott vereinigst. Er vereinigt sich mit dir Und stärkt deine Glieder. Und du vereinigst dich mit Osiris In der großen Halle. Ist der Tote so in Osiris verwandelt, So helfen ihm Und befreien ihn auch Isis und Horus, Wie sie es bei dem Osiris des Mythos Ebenfalls getan haben. Das hindert die Texte des Totenbuches Aber durchaus nicht, Daneben aus anderen Mythen Auch ganz andere Entsprechungen Zu verwenden. Sie lassen den Toten Etwa die Gestalt Einer Lotusblüte annehmen, An der Reh mit Wohlgefallen riecht. Oder die Gestalt einer Schlange, Wie die Göttin Uto. Oder direkt die Gestalt des Reh Oder des Horus. Alles neben und durcheinander, Ein ständiger Bilderwechsel, Wie wir es nur noch im Schlaf Bei Träumen kennen, Aber nicht mehr im Wachen. Und je unmagischer Und damit theologischer Die ägyptischen Priester werden, Umso mehr Vorgänge werden Zwischen die Zeit der Mumifizierung Und der Rechtfertigung In der Halle der beiden Wahrheiten Ausgetüftelt und eingeschoben, In der statt Tod Auch Osiris richtet. Wie bald in der Unterwelt Bald im Himmel Lokalisiert wird. Den man sich jetzt Ebenfalls genauer ausmalt Als in alten Zeiten. Sogar der Weg dorthin Wird genau abgebildet Im sogenannten Zwei-Wege-Buch. Auch erhält das Totenbuch Noch einen Anhang In dem Buch vom Atmen, Das die Ägyptologen Noch wenig behandelt haben Und das nur deshalb hier erwähnt wird, Weil die Lehre vom Atmen Für die Magie In der indischen Yoga-Literatur Eine so große Rolle spielt Und in den Zeiten neuer Magie Sicher ebenfalls eine wichtige Rolle Spielen wird. Wissen wir doch zum Beispiel Erst seit der Herausgabe Von Zwedenborgs Diarium Spirituale 1843-46 Welche entscheidende, ihm gar nicht bewusste Bedeutung Seine Atemübungen hatten Für seine magischen Phänomene Welche bekanntlich Kant In jüngeren Jahren Außerordentlich beschäftigt Und ihm viel zu schaffen gemacht haben Ist doch das Atmen Die einzige unbewusste Körperfunktion Die auch ein heutiger Rationalist Durch den Verstand bewusst Wenigstens vorübergehend beeinflussen Ja trainieren kann Der Mythos von Osiris und Isis Wurde aber in Ägypten Unzweifelhaft deshalb so volkstümlich Weil er an den großen Festen Des Osiris Für alles Volk Fast theatralisch anschaulich Gemacht wurde Auch hier geht es nicht logisch zu Auch hier vermischen sich Mit den Osirismythen Stücke aus anderen Mythen Aber das, worauf es ankam Tritt doch auch für uns Noch deutlich zu Tage Wenn auch über die Reihenfolge In denen sich die einzelnen Akte vollzogen Keine befriedigende Sicherheit besteht Es handelt sich Um es modern und damit allgemein Verständlich auszudrücken Um ein Mysterienspiel Das erste Mysterienspiel Das wir kennen Ähnliches finden wir später Bei den Griechen in Eleusis Und auch im europäischen Mittelalter Die Literaturhistoriker Sehen in diesen Mysterienspielen Die Vorläufer des Dramas In den Osiris-Spielen Wurde das Sterben und die Auferstehung Des Gottes dargestellt Am feierlichsten und prächtigsten wohl In Abydos Wo Osiris oder wenigstens sein Kopf Begraben sein soll Aber auch an einer großen Anzahl Anderer Orte Wonach der Zerstückelung des Osiris Einzelne Teile seines Leibes Beigesetzt sein sollen Es geht damit Osiris nicht anders Als im Mittelalter mit dem berühmtesten Heiligen Deren Überreste nicht selten Auch von den verschiedensten Kirchen Reklamiert wurden Voraus ging der Auszug Web-Wawetz Des schakalköpfigen Gottes Um seinen Vater zu schützen Das war der Tag des ersten Auszuges Abends fand der große Auszug statt Um die Leiche des Osiris zu suchen Wie einst Isis sie gesucht hat Das Suchen des Osiris An dem sich alle Festteilnehmer beteiligten Der Weg führt natürlich zum Nil Zwischen diesen beiden Auszügen Lag der Tod des Osiris Über dessen Darstellung wir nichts wissen Denn darüber gleiten die ägyptischen Inschriften Ebenso scheu hinweg Wie später auch noch Herodot Wenn er von diesen Festen erzählt Den großen Auszug Schildert Herodot für die Spätzeit recht genau Männer und Frauen schlagen sich dabei Klagend die Brust Auch die Götter Die zum Osiriskreis gehören Und die von Priestern und Priesterinnen Mit den Abzeichen der betreffenden Götter Dargestellt werden Tun dasselbe Dieser große Auszug Hält mehrere Tage an Es folgt ihm die Auffindung des Osiris Der tote Osiris Wird von einem zahmen Krokodil In seinem Sarg aus dem Nil an Land gebracht Oder seine Krone wird aus dem Wasser aufgefischt War der große Auszug Eine Darstellung der Trauer Und der Beweinung um den verlorenen Gott Nach dem Muster der Klage des Isis So schlägt jetzt die allgemeine Trauer In große Freude um Wir haben ihn gefunden Wir freuen uns mit Es erinnert unwillkürlich an die demonstrative Freude Wie sie namentlich in der orthodoxen Kirche Vor allem in Russland Zu Ostern ebenso anschaulich gemacht wurde Dann wird Osiris einbalsamiert Aufgebahrt Und 24 Stunden von Göttern und Göttinnen Priestern und Priesterinnen Gemäß dem Ritual für die Mumifizierung Bewacht Behandelt Beklagt Und gepriesen Das sind die Stundenwachen Über die wir aus Inschriften und Bildern In Tempeln von Edfu Dendera und Phile Recht gut Bescheid wissen Die Leiche des Osiris Liegt in einer Kapelle auf der Bahre Isis und Neftis Treten als Klageweiber auf Und stimmen Trauerlieder auf den Verstorbenen an Jede Stunde ist dem Schutz Eines bestimmten Gottes anvertraut Der dann ebenfalls auftritt Wie zum Beispiel Horus Anubis Tod Und so weiter Jeder tut Was er nach dem Mythos zu tun hat Auch die Priester treten in Aktion Der Herheb Sem Chesmu Utpu Sie bringen Öle Salben Drogen zur Einbalsamierung Wasser und Weihrauch Zur Reinigung des Toten und der Kapelle Das Ritual für die erste Stunde Lautet nach Röder ungefähr so Die erste Stunde des Tages Das ist die Stunde des Öffnens in der Kapelle Re geht aus dem Grab des Gottes hervor Und der Horus der Götter kommt Um Osiris zu opfern Der Gott in dieser Stunde als Schutz dieses Gottes ist Amset Rede des Herheb und des Sem Die zauberische Schlange wird gezeigt Mein Mund wird mit ihr berührt Mein Mund wird durch sie geweiht Mein Mund wird durch sie geöffnet Rede Ein Spruch an Schuh Den Sohn des Atom der so endet Dieser dein Sohn ist Osiris Atom hatte mit seinem Bedarf versehen Du öffnest ihm den Mund Und weihest ihm den Mund Du lässt ihn rein und lebendig sein Du aber wirst gerechtfertigt Osiris Erster des Westens Du wirst gerechtfertigt Amset Einer der vier Horus-Söhne Kommt, um dich zu sehen Er wirft dir den Feind Auf deiner rechten Seite nieder Der Chesmu bringt Mürren da Rede Osiris Erster des Westlichen Nimm dir die Spezereien Die aus Punt kommen Damit dein Fleisch heil Und deine Knochen stark seien Durch seinen Namen Mürre Rede des Klageweibes Heil dir Die Sonnenscheibe Hoher Achte grüßt dich Ich komme und klage vor dir Mein Herz wird nicht müde Dich zu beweinen Mein Erbe kommt Um dich zu begrüßen Nachdem er das Antlitz Der Götterschaft erfreut hat Wahrlich Du lebst, mein Herr Aber dein Herz ist betrübt Stehe auf Und fürwahr Dein Herz wird sogleich froh sein Du wirst gerechtfertigt Mein Herr Du sollst gerechtfertigt werden Wahrlich Deine Feinde liegen am Boden Ähnlich geht es durch die 24 Stunden Dieser Stundenwachen Dann wird die Mumie Zu ihrem Grab in Pekka geleitet Eine Stelle in Abydos Wo ein altes Königsgrab Als Grab des Osiris gilt Oder bei demselben Fest In einer anderen Stadt Wird die Mumie Vom Tempel zur Toteninsel geleitet Besaß aber ein Osiris Heiligtum Keine Toteninsel im Nil So schuf man ihm einen heiligen See Oder einen künstlichen Nil Für diese Fahrt Die so prunkvoll wie möglich Vor sich ging Die Götterbarke mit der Mumie Des Osiris War umgeben von 34 Papyrusnachen Mit Götterbildern Die dem Osiris das Geleit gaben Da die Fahrt nach Einbruch der Dunkelheit Angetreten wurde Wurden die Nachen mit zusammen 365 brennenden Lampions geschmückt Auch um jedes Haus Brannten viele Lampen Das Fest der brennenden Lampen Wer dächte dabei nicht An das katholische Allerseelenfest Das Grab des Osiris War von heiligen Bäumen umstanden Das Betreten dieser Heine War außer für die Priester verboten Es war ein Ort des Schweigens Für den Herrn des Schweigens Dieser Beisitzung des Osiris Folgten vermutlich am nächsten Tag Die sieghaften Kämpfe des Horus gegen Seed Der ja nach dem Tod seines Vaters Den Thron Ägyptens bestieg Nach anderen Texten Scheinen diese Kämpfe an anderen Orten Vor der Beisitzung Dargestellt worden zu sein Jedenfalls gehörten sie zu dem Festspiel In ihnen wurden die Feinde des Osiris besiegt Die Festteilnehmer gingen dabei mit Stöcken Und mit Fäusten aufeinander los Je nachdem, ob sie zum Gefolge des Osiris Oder des Seed gehörten Am letzten Festtag Wurde wohl auch der Detpfeiler aufgerichtet Und am Ende des Tages Vier Herden von Ochsen und Eseln Viermal um die Stadt getrieben Das stellt das folgende Bild dar In der obersten Reihe Sehen wir den Pharao Wie er und vier Priester Mit Hilfe von Seilen Den Detpfeiler aufrichten Während gleichzeitig Ein knierender Priester Ihm opferte Hinter dem Pharao Die Königin, Offiziere und der Hof In der Reihe darunter rechts Lebhaft gestikulierende Leute Dann solche, die miteinander kämpfen Das sind die Leute von Pe und Deb Den beiden Stadtteilen von Butho Der alten Königsstadt von Unterägypten Welche die Kämpfe des Horus mit Seed darstellen In der untersten Reihe Sehen wir die Rinder, Tiere des Osiris Und Esel, Tiere des Seed Wie sie um die Stadt getrieben werden Der Detpfeiler ist den Ägyptern Die älteste, vertrauteste Personifikation Des Sokares Osiris Denn Sokares, der alte Totengott von Memphis War längst eins geworden mit dem Totenkönig Osiris Der einst der Gott von Dedu in Delta war Das später Busiris hieß Eine solche Personifikation nennt man bei heutigen Naturvölkern Meist einen Fetisch Dieser Detpfeiler war ein besonders beliebtes Amulett Über dessen Bedeutung unendlich viel geschrieben worden ist Nach einem Kapitel des Totenbuchs Sagen die Ägypter vermutlich in ihm das Rückgrat des Osiris Man sollte das Amulett vermutlich an den Hals des Verklärten legen Wenn man dies Totenbuch-Kapitel von einem vergoldenen Det kennt Ist man ein vortrefflicher Verklärter in der Unterwelt Der nicht vor den Toren der Unterwelt zurückgestoßen wird Det verdeutschen wir mit Beständigkeit Ganz offensichtlich veranschaulicht der bisher auf dem Boden liegende Detpfeiler Der vom Pharao und seinen Priestern aufgerichtet wird Die Auferstehung des Osiris Wenn sogar in der heutigen rationalistischen Zeit Noch eine frohen Leichnamsprozession auf katholische Zuschauer ihre Wirkung nicht verfehlt So kann man sich vorstellen Von welch ungeheurer Wirkung so ein Mysterienspiel Auf die alten, bildsichtigen Ägypter war Zumal sie der Handlung da nicht nur zusahen Sondern teils als Monatspriester, teils als Volk Direkt aktiv bei ihr mitwirkten Mit dem Schwinden der magischen Fähigkeiten Und dadurch natürlich auch des Vertrauens zu ihnen Bot das Miterleben so heilige Handlung Und das Mitagieren bei ihr unzweifelhaften neuer Gewissheit Für das eigene Schicksal als Entsprechung dessen Was der Ägypter am Osirisfest Sehend und handelnd Mitklagend und mitjauchzend erfuhr Aber die Ägypter waren ein Bauernvolk Und so mischte sich echt ägyptisch Mit diesem Mythos von Osiris und Isis und seinen Festen Wie sie bis jetzt erzählt wurden Ohne irgendwie zu stören Noch ein Naturmythos Den der Ägypter jedes Jahr neu erlebte Wie jedes antike Volk Wie jedes Naturvolk Wie sogar noch heute jede bäuerliche Bevölkerung in Europa Soweit sie in der rationalistischen Entwicklung Des 19. Jahrhunderts Noch nicht völlig erlegen ist Bei Osiris war das umso leichter Bei der Osiris von Dedu Osiris Augenscheinlich als alter Bauerngott Ein Erdgott war Wenn die für die Existenz Der Ägypter entscheidende Nilüberschwemmung kommt Ist er das neue Wasser Das alles Grünen macht Wenn alles welkt und stirbt Stirbt er auch Aber nur scheinbar Denn im nächsten Jahr Kommt er ja wieder als das neue Wasser Das alles Grünen, Blühen und Frucht bringen lässt Links liegt Osiris auf der Bahre Aber er bewegt sich Hebt die Hand zum Gesicht Und lächelt Was sich bei dieser verkleinerten Reproduktion Nicht erkennen lässt Isis und Neftes Beleben ihn offenbar Und zwar spielen Armbewegungen Dabei eine Rolle Die an magnetische Hypnotische Kuren erinnern Viele Ägyptologen ärgern sich Wenn man das sagt Selbst den längst verstorbenen Enemoser Professor der Physiologie Lässt man nicht ruhen Weil er auf ägyptischen Bildern Häufiger solche Gesten Bemerkt zu haben glaubte Er war ein Anhänger Mesmers Und wurde zu Lebzeiten Weniger angefeindet Weil die oberste preußische Medizinalbehörde Nämlich Hufeland Ebenfalls zu Mesmer hielt Heute hingegen Kommt man häufig auf diesen Vorwurf Gegen den alten Enemoser zurück Ohne seine Ansicht sachlich widerlegen zu können Weil alles Was man gegen ihn vorbringt Den Kern nicht trifft Rechts aber sehen wir zwei Göttinnen Aus dem linken Bein des Gottes Zwei Wasserstrahlen hervorlocken Wenn man lieber will Hervorzaubern Die zwei Nilquellen der Ägypter Ströme lebendigen Wassers Wie es beim Evangelisten Johannes heißt Konnte man den toten Osiris In seinem Sarg Irgendwo nicht aus dem Nil Durch ein Krokodil An Land bringen lassen So genügte es auch Das Nilwasser Das neue Wasser In einen Krug zu schöpfen Plutarch erzählt dazu Von einem Osirisfest Bei dem man nachts Mit dem heiligen Korb Der Zister Mystica In dem sich ein goldenes Gefäß befand Zum Nil ging Man schöpfte Wasser Goss es in das Gefäß Und ein Jauchzen der Anwesenden entsteht Osiris sei gefunden Wir haben ihn gefunden Wir freuen uns mit Auch der große Auszug Wird vielfach variiert Auf der Suche nach der Leiche des Osiris Wird Isis später nicht nur von Anubis begleitet Dem Hundsköpfigen Anut heißt Der auf dem Bauche liegende Sondern auch von wirklichen Spürhunden Die Isis voranlaufen Wie Diodor erzählt Und noch etwas berichtet Plutarch Von dem schon erwähnten Osirisfest Wenn die Anwesenden Nämlich das Wasser In das goldene Gefäß getan Und gejauchzt haben Osiris sei gefunden Vermischen sie fruchtbare Erde Mit diesem Wasser Tun kostbare Gewürze hinzu Und formen daraus Mondförmige Bildchen Für Plutarchs Ansicht War Osiris auch Mondgott Es werden aber wohl Mumienförmige Bildchen gewesen sein Die er nur mondförmig nannte Weil das seinem Verständnis näher lag In ägyptischen Gräbern Haben sich häufiger Zwischen den Beinen der Toten Sogenannte Kornmumien gefunden Mit Getreidekörnern gefüllte Lehmfiguren von Mumiengestalt In der die Körner natürlich Keimen und grünen können So konnte Jesus Sirach Der jüdischen Anschauung völlig fremd Aber von Ägypten her Den Juden wohl vertraut Schreiben Mögen ihre Gebeine Sprießen an ihrem Orte Wir sehen die Mumie des Osiris Aus der 28 Ähren sprießen Derweil der Priester Die Wasserspende vollzieht Die das Leben des Osiris erneuert Der Naturmythos Neben dem Göttermythos Und ohne Bedenken Beide untereinander gemischt Nur war bei den alten Völkern Das Erlebnis vom Versenken des Korns Und seinem Wiederaufleben Keine naturgeschichtliche Beobachtung Von rein wissenschaftlichem Interesse Sondern für die Seele Jedes Jahr ein neues großes Ereignis Von tief symbolischer Bedeutung und Wirkung Solange Mythen und Symbole Noch nicht von der Dialektik entseelt waren In einem der frühesten Texte des Totenbuchs Aus dem Mittleren Reich lesen wir Die Götter leben wie ich Ich lebe wie die Götter Ich lebe als Korngott Ich wachse als Korngott Ich bin Gerste Beim ägyptischen Fest des Hackens des Erdbodens Das uralt ist Stimmt der Herd zur Flöte dies Klaglied an Habt ihr einen Hirten gesehen Wenn er auszieht Er hat eine Rohrflöte gefunden am Wege Und beweint mit seinem Flötenlied den Um dessen Willen der Erdboden gehackt wird Von den Menschen Und den die Götter neu geboren werden lassen Wenn die Menschen das Erdhacken nicht mehr ausüben So beweint denn auch eurerseits den Der im dunklen Wald ohne Licht Den Osiris Plutarch sagt von den Ägyptern Wenn sie die Erde mit den Händen behacken Und wieder darüber werfen Und wenn sie den Samen streuen Ungewiss ob er sich künftig vollenden Und Ernte bringen werde Dann tun sie ähnlich denen Die begraben und trauern An dasselbe denkt Psalm 126 Wo es heißt Weinend geht man Und streut den Samen Jubeln kehrt man heim Und trägt die Garben Mit Osiris geschieht Was mit dem Korn geschieht Man bettet beide in die Erde Saatzeit ist Trauerzeit Das ganze Mittelalter hindurch Hat des Rockens Pein Des Flachses Qual Auch im germanischen Märchen Noch eine große Rolle gespielt Ein Troll will ins Haus Herein könne er schon kommen Aber er müsse auch des Rockens Ganze Qual ausstehen Was das sei Im Herbst wirst du gesät Und kommst tief in die Erde Im Frühjahr gehst du auf Im Sommer dörrst du in der Sonne Wirst im Regen durchnässt Dann geschnitten, getrocknet In die Scheune gefahren Und zum Schluss gedroschen Was? Dreschen soll ich mich lassen? Ja, dann in die Mühle fahren Und malen Was? Ja, gemahlen und gebeutelt Musst du werden Als das der Troll hörte Zersprang er in Kiesel Christianisiert Finden wir das im mittelhochdeutschen Vaterunser Von Johann von Krolevitz 13. Jahrhundert Wo Christus von Weltschöpfer Gesät wurde Entsprozen war's In Blute stand Wus Gemeit wurde Gebunden als man ein Gaben tut Gewurret in Gedroschen Mit Besehmen Gekarrt Gemahlen In ein Oven geschossen Drei Tage darin gelassen Dann Utz genommen Und als Brot genosen wird Und wie dem Korn Der Rebe Geht es auch dem Flachs Worüber Andersen Ein schönes Echt germanisches Märchen geschrieben hat In dem es für den Flachs Trotz aller Qual und Pein Immer höher hinausgeht Aus Hans Gerstenkorn Ist in Schottland ein Herus geworden Weil sich Whisky daraus machen lässt Und wie wir Osiris als Getreidemumier kennen So auch das Märtyrium Christi Als des Kornes Pein dargestellt Auch an das geistlich Weinbär Mitte 16. Jahrhundert Aus Wackernagels Deutscher Kirchenliedersammlung Sei in diesen Zusammenhang erinnert Halten wir den Eindruck Von dem allen einen Augenblick fest So werden wir ein Gefühl davon haben Was der Seele des Ägypters Diese Osiris-Feste bedeuten konnten An denen jedermann ohne weiteres teilnehmen durfte Es gab nun aber auch Osiris-Feiern Die der Allgemeinheit nicht zugänglich waren Sondern nur einem engeren Kreis von Priestern Und solchen Leuten Welche sie zuzogen Wobei wir nicht vergessen wollen Dass das Laienelement Durch die Einführung des Stundenpriesterschaft Sowieso schon stark an jedem Tempel vertreten war Worüber schon gesprochen wurde Dass es solche Feiern gab Darüber herrscht unter den Ägyptologen kein Streit So viel ich sehe Die Griechen gaben ihnen den Namen Mysterien Seitdem spielen die Mysterien In allen Kulten eine große Rolle Nur über das was in den Mysterien eigentlich vor sich ging Herrscht Streit und endlose Meinungsverschiedenheit Deren Ende überhaupt nicht abzusehen ist Sollten nicht wieder Wie schon so oft Aus der Erde selbst bei neuen Grabungen Funde gemacht werden Die deutlicher reden als aller Streit Besonders die deutschen Gelehrten Verhalten sich allem gegenüber Was von antiken Mysterien Nichte von ägyptischen Überliefert ist Sehr spröde Ihnen erscheint das überlieferte Material Nicht nur das ägyptische So unsicher, unklar, widersprechend Teilweise auch wohl gar zu fantastisch Sodass sie dem ganzen dunklen Gebiet Möglichst aus dem Wege gehen Zum guten Teil sicherlich aus Gewissenhaftigkeit Zuweilen aber doch auch offensichtlich Aus innerer Abneigung gegen das Was einem Mann der Gelehrter Heute als so besonders stark auf Ratio eingestellt ist Meist nur intellektuelles Unbehagen erwecken kann Weil er diesem Forschungsgebiet Mich mit den ihm geläufigen Mitteln Wirklich beizukommen vermag Da uns hier aber gerade die Magie beschäftigt Und was irgend mit ihr zusammenhängt Können wir das Gebiet der Mysterien Nicht ignorieren Osiris Mysterien Sie stammt von einer Stele Die sich im Louvre befindet Und von Hermann Kees Noch der elften Dynastie Zugerechnet wird Das wäre die Zeit Kurz nach dem Zerfall des alten Reichs Kurz bevor Amenimet Der erste um 2000 vor Christus Wieder ganz Ägypten beherrscht Von ihm an Rechnet man das mittlere Reich Das Bild ist in einem Totengebet beigegeben Das die Festfeier in Abydos Also das Osirisfest Schildert Und wird allgemein als Osirismysterien bezeichnet Einig sind sich alle Ägyptologen meist darin Dass Tod Wiederbelebung Und Begrüßung des Wiederbelebten Durch die Götter dargestellt wird Beschreiben wir zunächst das Bild Von links oben nach rechts unten Zwei Männer tragen ein Tier Wohl ein Opfertier Kees vermutet in dem Tier ein Nilpferd Moray einen Panther Doch das ist Nebensache Es folgt ein Mann mit einem anderen Mann auf der Schulter Dies erinnerte Kees an Königsbilder Wie sie sich bei einem anderen Leichenzug finden Moray sieht in ihm den Tikenu Doch das später Auf der Bahre liegt der Tote als Mumie An der Bahre zwei Klageweiber mit herabhängenden Haaren Dem Zeichen der Trauer Isis und Neftes sind bekanntlich das Vorbild dafür Über der Bahre der Schlitten Auf dem man die Mumie zum Grab zieht Darüber zwei merkwürdige Instrumente Die entsprechend denen zum Öffnen des Mundes Zum Öffnen der Erde Bestimmt sein könnten Die deutschen Ägyptologen Bezeichnen sie als Deichsel oder Dechsel Ein Bildhauerinstrument vom Hause aus Der französische Ausdruck dafür wäre wohl Hohlbeil Es folgt die Darstellung der Wiederbelebung Zwei Männer halten eine menschliche Büste Die Stadt auf zwei Beinen Auf zwei Lebenszeichen steht Erklärt Kees Moray meint Hier werde die Statue des Toten gebildet Nach beiden Stellt es nach dem Vorbild der späteren Osiris-Mythe Die Vereinigung der Glieder dar Bei Osiris geschah das im sogenannten Goldhaus Der Werkstätte der Goldarbeiter und Bildhauer Es folgen zwei groteske Figuren Die an Tänzer erinnern Auf thebanischen Grabbildern Umentspringen sie den Tekenu Das dann dargestellte Ding übergeht Kees Wohl weil er es nicht einwandfrei erklären kann Moray deutet es als das Fell des inzwischen geopferten Panthers Erinnern wir uns dabei an das Bild Seite 225 Es folgt ein Schiff Das in der Form an das uns schon bekannte Schiff auf dem Schlitten erinnert Auf dem die Mumie zum Grab gezogen wird Eine Götterbarke Das Schiff gleitet wohl nach Abydos Und wird gesteuert von der Ureusschlange Sie scheint schützend über seinen Kopf zu blicken Der von einem knierenden Mann auf einem Schild hochgehalten wird Moray sieht in ihm eine Wiedergabe des Kopfes des Osiris Der über die Dämonen der Unterwelt Macht hat Den zweiten knierenden Mann Und was er hochhält übergeht Kees Für Moray trägt der Mann auf der Stange das aufgeblähte Fell Unter dem sich der Tekenu oder sein Abbild befindet Ihm wendet ein knierender Mann Der einen Stängel mit einer Lotusblume hält Das Gesicht zu Um den Stängel windet sich das leere Fell Das sich vorher um Tekenu blähte Was ist aus dem Tekenu geworden? Moray antwortet Es sei der kleinere Mann Der Jüngling daraus geworden Über den zwei andere Männer Die ausgestreckten Arme halten Eine magische Geste Wie sie bei Magnetisören und Hypnotisören Heute noch vorkommt Wie ich dazu bemerken möchte Kees ist der kleinere Mann Der ein Amulett in der Hand hält Die jetzt vollendete Figur Die vorher statt auf Beinen Auf zwei Lebenszeichen stand Für Moray ist diese kleinere Figur Der durch das Wunder des Fels Wovon noch zu sprechen sein wird Wiederbelebte, neugeborene Tote Er beruft sich dabei auf Isismysterien Bei denen die Priester nach der Wiederbelebung des Gottes Ein Kind erscheinen ließen Das sie als den Wiedergeborenen Osiris begrüßten Auf unserem Bild wird der Wiederbelebte an einem Ufer von einem Zug begrüßt Der ihm die Götterstatuen entgegenträgt Wie wir es von den Götterumzügen an hohen Festtagen kennen Sie nehmen dann also ihren Bruder Der auf sie zukommt in Empfang Kees lässt sich auf solche Deutungen nicht ein Am Ende des Zuges Jauchzen die falkenköpfigen Seelen von Buto Über einer Gruppe Die deutlich dem Ländervereinigungszeichen von Unter- und Oberägypten nachgebildet ist Während also Kees nirgends auch nur andeutungsweise vom Tekeno spricht Und dadurch jedes Hinweises auf Mysterien im eigentlichen Sinne enthoben ist Sieht Moray hier überall in verschiedenen Varianten den Tekeno Und hält deshalb das Bild für die Darstellung einer osirianischen Geheimfeier Von Menschenopfern an ägyptischen Gräbern In irgendeiner uns zugänglichen historischen Zeit wissen wir nichts Dass solche Opfer aber einst überall bei Begräbnissen eine große Rolle gespielt haben Ist allgemein bekannt Es liegt kein Grund vor Die vorgeschichtlichen Ägypter von diesem tiefsakralen Brauch auszuschließen Dass die Erinnerung daran Bei einem so bildsichtigen Volk wie dem ägyptischen Im Totenkult noch lange seine bildlich-symbolische Rolle spielte Ist sozusagen selbstverständlich Man opferte den Menschen nicht mehr Aber führte ihn vor dem Sarg wie einen Gefangenen noch mit zum Grab Als die Tieropfer an die Stelle der Menschenopfer traten Führte man wohl immer noch einen Menschen mit zum Grab Und behängte oder verbarg ihn unter einem Tierfell Das nun für das Opfer bezeichnend war Das Fell wurde auch durch ein Tuch ersetzt Wenn man es entsprechend bemalte So galt es immer noch als Tierfell Dass das Tierfell beim Kult eine große Rolle gespielt hat Wissen wir auch aus Inschriften In denen es zum Beispiel heißt Gehen lassen zu der Stadt des Fells Als Tikkenu Unter ihm schlafen im See des Hebre Denken wir nun wieder an den Tierkult An den Tierschwanz der alten Pharaonen An die Tierfelle bei mancherlei rituellen priesterlichen Funktionen So vermag ich Masperos Ansicht Von der Wiedergeburt des Toten unter dem Tierfell Doch nicht so fantastisch zu finden Wie manche Ägyptologen Zumal ein ähnlicher Ritus bei allen Mysterien Sogar noch unter dem römischen Imperium Seine Rolle gespielt hat Und wenn der spätere Abscheu des Ägypters Vor dem Tierfell Mit dem Hinweis auf die Sinurgeschichte begründet wird In welcher der Pharao Den Helden zur Heimkehr nach Ägypten Mit den Worten bewegen will Nicht wirst du dann in der Fremde sterben Nicht werden dich Asiaten bestatten Und man wird dich nicht in ein Widderfell legen So hat das nichts mit dem Tekeno zu tun Sondern mit der längst unägyptisch gewordenen alten Nomadensitte Den Toten einfach und primitiv in ein Fell eingenäht zu begraben Statt ihn, wie in Ägypten, zu mumifizieren Für jeden echten Ägypter Musste diese alte Nomadensitte Direkt seine Unsterblichkeit gefährden Die ja an die Erhaltung des Körpers Und wenn auch nur in Mumienform gebunden war Mir scheinen also die französischen Ägyptologen Mit dem Bezug auf den Tekeno Den richtigeren, den ägyptischeren Weg zu gehen Dass aber gerade die Mysterien älteste Kultbräuche wieder für sich beleben Beobachten wir überall Dass man bei ihnen in Ägypten gerade wieder auf den Tekeno verfiel Liegt sehr nahe Der Tekeno verschwindet aus den Bildern Auf denen dargestellt wird Wie der Seempriester sich in das Grab begibt Sich dort wie ein Tekeno niederlegt Um auf den Anruf des Hechem wieder aus dem Grabe zu treten Eine symbolische Handlung Die es der Allgemeinheit noch sichtbarer werden ließ Als der Tekeno Wie der Tote wieder lebendig wird Die Mysterien können aber sehr wohl auf den Tekeno zurückgegriffen haben Die Teilhaber begraben sich unter entsprechenden magischen Riten und Formeln Unter das Fell Respektive unter das durch seine Bemalung als Fell charakterisierte Tuch Unter dem sich die Wiederbelebung vollzog Bei gar zu viel Mysterien Spielt das Tierfell eine ähnliche Rolle Als dass man es für die ägyptischen Mysterien einfach ablehnen könnte Es ist doch mehr als naheliegend Dass den bildsichtigen Ägyptern Die äußere Ähnlichkeit der beiden Formen Auch eine Entsprechung des Vorgangs kundtat Zumal wir wissen Wie beim Ägypter schon eine äußere Wortähnlichkeit genügte Um daraus für uns wunderliche Zuweilen aber auch tiefsinnige Sachbeziehungen Zwischen Gegenständen herzustellen Man muss erst sterben Um wiederbelebt neu geboren werden zu können Man muss sich erst dem Tod unterwerfen Um das wahre Leben gewinnen zu können Der Gedanke ist genauso alt Wie die antiken Mysterien Und tritt in ihnen allen als besonders wichtig hervor Eine sinnfälligere Form für die neue Geburt Das neue Leben Ließ sich für die Ägypter gar nicht finden Als die des stilisierten Tekenu So wenig es mir einleuchten will Dass die Hockstellung der meisten Toten Auf die wir überall bei Ausgrabungen aus ältesten Zeiten stoßen Schon einen Hinweis auf die Lage des menschlichen Fötus Und damit auf eine neue Geburt gäbe Wie nicht wenige Gelehrte annehmen So einleuchtend erscheint mir dieser Hinweis für den Tekenu Der tiefste Sinn aller Mysterien Besteht ja darin Dem Teilnehmer die Gewissheit des Lebens nach dem Tod zu verschaffen Aristoteles sagt das Treffendste darüber Die Einzuweihernden sollen nicht etwas lernen Sondern an sich erfahren Und in eine Stimmung gebracht werden Nachdem sie dafür empfänglich geworden sind Magische Riten und Formeln Werden bei allen Mysterien angewandt Auch heute noch Aber nachdem die Natursichtigkeit längst verschwunden war Und auch die Bildsichtigkeit der Menschheit immer mehr abhanden kam Genügte die Magie allein nicht mehr Um den Menschen die erstrebte Gewissheit zu verschaffen Zu der Magie trat das, was wir Mystik nennen Und trat später häufig an die Stelle der Magie Der verdrängte sie zeitweise vollständig Während sie in der alten Welt nur zur Verstärkung der Magie und ihrer Wirkung diente Soweit wir überhaupt noch über die Vorgänge bei den verschiedenen Mysterienkulten Einigermaßen zuverlässig urteilen können Bei den großen öffentlichen Osirisfesten Sah in jedem Jahr alles Volk Wie der tote Osiris gesucht Wiedergefunden Neu belebt wurde Und erlebte so den alten Mythos Schauend und handelnd mit Neben den anderen Kulthandlungen An denen es das Jahr über teilnahm Wird das der großen Masse für ihre Diesheits- und Jenseitsbedürfnisse Für sehr lange Zeit durchaus genügt haben Großen Massen genügt Ähnliches auch heute noch Solange die Masse der Ägypter an die Kraft der Magie noch glaubte Auch wenn sie selbst nichts dergleichen mehr ausübte Bedurfe sie gewiss nichts weiter War doch der kleine Mann Der sich keine regelrechte Mumifizierung leisten konnte In seinen Jenseitsbedürfnissen Sogar mit einigen Amuletten zufriedengestellt Und wenn er sich nur einen kleinen Platz Für eine kleine Puppe mit seinem Namen In einem alten Mumiengrab verschaffen konnte Aber die Herrschaft des Großhirns Über alle anderen Fähigkeiten Ließ auch die Magischen immer mehr verkümmern Bis ihr Gebrauch Der die Kenntnis von ihnen Nur noch einem immer kleiner werdenden Kreis von Priestern Und ihren Treuesten erhalten blieb Das vollzieht sich nicht in Jahrhunderten Sondern in Jahrtausenden Jahrzehntausenden von Jahren Was wir nie vergessen dürfen Die wenigen Jahrtausende vor Christus In die wir jetzt dank Hacke und Spaten Etwas genauer hin sein sehen können Als noch vor 60 Jahren Zeigen ja nur das Endstadium dieses Vorgangs Sowohl bei Babyloniern und Ägyptern Wie erst recht bei den Griechen Und selbst von diesem Endstadium Würden wir heute so gut wie gar nichts verstehen Wenn wir nicht von den Mystikern aus Und neuerdings vom Studium der Träume Und des Somnambulismus Langsam und ein wenig mühselig Aber nach und nach doch immer deutlicher Den Weg zu ihm zurückfänden Was nichts mit Spiritismus zu tun haben muss Gerade der Osirismythos Der in Ägypten populärste Der dann in der ganzen Welt Den Ägyptern den Ruf Eines besonders frommen Volkes eingebracht hat Konnte sich auf die Dauer Bei tieferen und sensibleren Naturen An mechanisierter Magie Nicht mehr genügen lassen Alle Totenmagie Konzentrierte sich Wie wir sahen Um die Mumifizierung Und die Rechtfertigung des Osiris In der Halle des Keb Die für jeden Toten Zur Halle der beiden Wahrheiten Gerade der durch rituelle Mumifizierung Zu einem Osiris gewordene Tote Entging dieser Halle nicht Wo sein Herz Auf der Waage der Wahrheiten Gewogen und beurteilt wurde Im Totenbuch Finden wir immer wieder Magische Sprüche Zur Erhaltung des Herzens Und wenn nun dies Durch Magie erhaltene Herz In der Halle der Wahrheit Vor den 42 Totenrichtern Wirklich gewogen wird Im Totenbuch Finden wir Sprüche Für das Herz wie diesen Herz von meiner Mutter Herz meiner Gestalt Tritt nicht gegen mich auf Als Zeuge Widersetze dich mir nicht Im Gericht Übe deine Feindschaft Nicht gegen mich aus Vor dem Wege, Meister Du bist mein K Der in meinem Leibe ist Lass unseren Namen Nicht stinken Sage keine Lüge Gegen mich Bei den Gotten Also auch hier Muss eine magische Formel helfen Aber wenn die Kraft Der Magie Und damit auch das Vertrauen zu ihr Nachlässt Was dann? Manche Ägyptologen Wundern sich darüber Dass trotz aller Magischen Riten Und Formeln Immer wieder Die Sorge Um den Tod Und das Schicksal Nach dem Tod Zum Ausdruck kommt Mir scheint Das heißt Die natürliche Verfassung Des nicht mehr Somnambulen Oder natursichtigen Menschen verkennen Dem nur so lange Von solchen Sorgen Nichts anzumerken ist Als er sich Überhaupt nicht Um Riten Und Kurte kümmert Mögen sie nun magischer Mystischer Oder christlich-kirchlicher Art sein Je mehr ein Mensch solchen Dingen Zuneigt Und ihnen verbunden ist Umso intensiver Beschäftigen ihn Solche Sorgen Der Kultlose Mag leicht Ein stumpfes Gewissen haben Dem magischen Wie dem mystischen Menschen Ist das Auf die Dauer Unmöglich Es sei denn Dass er sich Endgültig Von jedem Ritus Und Kult Losreißt Deutlich Erweisen Das schon Alle Ägyptischen Hymnen Jeder Kult Ist immer noch Besser geeignet Das Gewissen Nicht einschlafen Zu lassen Sondern Wacher Und empfindlicher Zu machen Als ein Menschliches Leben Ohne ihn Selbst Wer Wissenschaft Oder Kunst Zu seinem Einzigen Kult macht Ist in dem Punkt Immer noch Feiner Und empfindlicher Organisiert Als ein Mensch Der auch Solchem Kult Abgeschworen hat Und sich nur noch An die sogenannten Realitäten An das Leben Wie es wirklich ist Hält Binsen Wahrheiten Die man zur Zeit Aber wieder Aussprechen muss Weil ihre Nichtbeachtung Immer wieder Das Verständnis Trübt Für alles Was natürlich Und menschlich Ist Die Weisheit Eines Halben Jahrhunderts Kann da nichts Gegen die Erfahrung Vieler Jahrtausende Ausrichten Höchstens Bei solchen Die von der Geschichte Dieser Jahrtausende Nichts Wissen Es ist nur Natürlich Dass wir Trotz aller Magie Auch beim Ägyptischen Menschen In vielen Inschriften Gebeten Hymnen Immer wieder Solche Sorgen Und Nöte Treffen Und je Unsicherer Man Der Magie Gegenüber Wird Und je Mechanisierter Sie Gehandhabt Wird Zauberei Umso mehr Stoßen wir Sogar In den Leider Nicht Sehr Zahlreichen Inschriften Kleiner Leute Im Neuen Reich Auf Diese Unruhe Und Sorge Da steht Auf einem Denkstein Des Nebre Schriftzeichner Des Amon In der Toten Stadt Thebens Aus der Zeit Ramses Des Zweiten Also Eines Steinmetzen Sozusagen Zu Lesen Du Bist Amon Der Herr Des Schweigenden Der Auf Den Ruf Des Armen Herbeikommt Ich Schreie Nach Dir In meiner Bedrängnis Und Du Kommst Damit Du Mich Rettest Und Dem Schwachen Atem Gibst Und Mich Rettest Der Ich In Not Bin Du Bist Amon Re Der Herr Von Theben Der Den In Die Duat Unterwelt Geworfenen Befreit Wahrlich Du Bist Der Erretter Ruft Man Nach Dir So Kommst Du Von Ferne Herbei Wenn Ein Diener Geneigt Ist Sünde Zu Tun So Ist Der Herr Geneigt Gnade Zu Üben Der Herr Von Theben Amon Verbringt Keinen Vollen Tag Im Zorne Sondern Er Zürnt Nur Einen Augenblick Und Trägt Nicht Nach Das Unheil Verwandelt Sondern Sondern Amon Amon Wendet Sich Um Auf Seinem Winde Der Sohn Des Nebre Und Seine Hausfrau Bschad Der Maler Nacht Amon Lag Nämlich Auf Den Tod Krank Und Der Herr Von Theben Hat Ihn Wieder Gesund Gemacht Zum Dank Dafür Hat Der Vater Nebre Der Schüler Des Schreibers Chai Dem Gott Diesen Gedenkstein Errichtet Dessen Worte Zuweilen Schon An Den Ton Der Psalmen Erinnern Oder Der Denkstein Des Nefer Abu Eines Aufsehers In Der Toten Stadt Von Theben Also Eines Friedhofs Wärters Auf Ihm Wird Nefer Abu Im Gebet Dargestellt Vor Der Göttin Meret Seger Die Von Dem Schweigenmacher Geliebte Eine Freundin Des Osiris Sie Ist Als Schlange Mit Drei Köpfen Dem Eines Geiers Und Einer Schlange Darstellt Und Führt Auch Den Beinamen Die Westliche Spitze Dort Findet Sich Auch Folgendes Gebet Des Reugen Nefer Abu Ich Ich Ein Unwissender Mann Ein Törichter Und Wusste Nicht Was Gut Und Böse Ist Ich Tat Sündhaftes Gegen Die Bergspitze Sie Züchtigte Mich Und Ich War In Ihrer Hand Bei Tag Und Bei Nacht Und Saß Da Auf Dem Ziegel Wie Eine Schwangere Ich Schrie Nach Luft Aber Sie Kam Nicht Zu Mir Seht Ich Sage Zu Groß Und Zu Klein In Der Arbeiterschaft Hütet Euch Vor Der West Spitze Denn Ein Löwe Ist In Der Spitze Sie Schlägt Wie Ein Wilder Löwe Schlägt Und Verfolgt Den Der Sich Gegen Sie Vergeht Als Ich Dann Zu Meiner Herrin Rief Fand Ich Dass Sie Zu Mir Kam Mit Süßer Luft Und Sie War Mir Gnädig Als Sie Mich Ihre Hand Hatte Sehen Lassen Und Wandte Sich Mir Friedlich Zu Sie Lies Mich Meine Krankheit Vergessen Die An Mir Gewesen War Ja Die West Spitze Ist Gnädig Wenn Man Sie Anruft Höret Alle Ihr Ohren Auf Erden Hütet Euch Vor Der West Spitze Andere Bauern Ihr Haus Möglichst Dicht Beim Tempel Damit Sie Das Lobpreisen Aus Dem Und Ein Bürger Von Memphis Sagt Ob Ta Ich Hab Dich In Mein Herz Geschlossen Und Mein Herz Ist Voll Von Deiner Liebe Wie Ein Feld Voll Ist Von Blumen Knospen Ähnliche Stimmungen Begegnet Man Noch Häufiger In Den Höheren Schichten Und Schon Früh Findet Man Bei Den Weisen Die Bitte Strafe Mich Nicht Wegen Meiner Vielen Sünden Oder Dem Heiligtum Gottes Ist Geschrei Ein Abscheu Bete Du Mit Einem Wünschenden Herzen In Welchem Alle Seine Worte Verborgen Sind So Tut Er Deinen Wunsch Und Hört Was Du Sagst Und Nimmt Dein Opfer An Am Berühmtesten Am berühmtesten wurde da ein Hymnus an Tod aus dem Neuen Reich Tod war ja der Sachverwalter des Osiris gegen Seed Tod ist es der das Ergebnis beim Wiegen des Herzens vor den Totenrichtern aufschreibt In diesem Hymnus heißt es Komme zu mir wenn ich vor die Herren des Rechts die Gottheiten des Totengerichts eintrete Dann will ich gerechtfertigt hinausgehen Du große Dumpalme von sechzig Ellen an der die Früchte sind Kerne sind in den Früchten und Wasser ist in den Kernen Du süßer Brunnen für den Durstenden in der Wüste Er ist verschlossen für den der da redet Er ist offen für den der da schweigt Kommt der Schweigende so findet er den Brunnen aber dem Hitzigen bist du unzugänglich Die kursiven Schlusszeilen könnten gerade so gut bei einem christlichen Mystiker des Mittelalters stehen Auf solchen Denksteinen in solchen Hymnen blüht vor unseren Augen aus der Magie etwas Auf das unserer Vorstellung von Religiosität plötzlich näher kommt Erste Spuren des mystischen Weltbildes Entfernt sich schon im Naturmutes der Ägypter ein wenig Wenn auch für den Beteiligten noch nicht sehr merkbar Von der die Göttermythen durchaus beherrschenden Magie So geschieht dies schon viel merkbarer in den Mysterien Die im ganzen Altertum ein eigenartiges Gemisch von Magie und Mystik darstellen Bei dem die Magie aber immer noch vorherrscht Soweit wir bis jetzt darüber urteilen können Die geheimen, geheimnisvollen Osirisfeste im kleinen Kreis von Berufspriestern und Stundenpriestern Also Laien, welche die Griechen Mysterien nannten Unterschieden sich darin gewiss nicht prinzipiell von allen anderen Mysterien der alten Welt Die Gewissheit, unsterblich zu sein und den Göttern auch nach dem Tod genehm Wurde nicht mehr nur durch magische Formeln erlangt Sondern durch individuelles Erleben erstrebt War die Natursichtigkeit längst dahin Und waren alle magischen Kräfte im Schwinden So wurden andere Kräfte, Seelenkräfte dafür frei Und die innere Schau, wo die äußere zu der erstrebten Wirkung nicht mehr ausreichte Trat an ihre Stelle Neuere Ausgrabungen haben ein Osirajon aus der 19. Dynastie, 1300 v. Chr. bloßgelegt Es liegt tief unter dem Erdboden Man steigt zu ihm durch einen langen Gang wie in ein Grab hinab Es ist reich mit Darstellungen und Inschriften aus dem Totenbuch geschmückt Im Osirajon wird durch einen kreisförmigen Graben eine Plattform gebildet Mit dem steigenden Nil, wenn das neue Wasser kam Stieg natürlich auch im Graben das Grundwasser Und so wurde die Plattform auf natürlichste Weise zu einer Insel Wie sie bei allen Osirisfeiern eine Rolle spielte Von solchen Osirajon hören wir auch sonst Sie waren die gegebenen Städten für die eigentlichen Mysterien Und ich möchte annehmen, auf sie bezieht es sich Wenn wir lesen vom Gehenlassen zu der Stadt des Fels als Tekenu Unter dem Fellschlafen im See des Chepre Von diesen ägyptischen Mysterien wurde seit Herodot und Plutarch Unendlich viel in den Endzeiten der alten Welt gefabelt und zusammengeheimnist Was wirklich daran war, können wir trotz aller Ausgrabungen bis jetzt nicht kontrollieren Welche Vorgänge sich aber auch im Einzelnen bei den ägyptischen Mysterien abspielen mochten Sicher ist, dass sie, um wieder das Zitat aus Aristoteles anzuwenden Den Einzuweihernden, was die Griechen den Mysten nannten Nicht etwas lernen, sondern etwas erleben, erleiden lassen wollten Nämlich die Gewissheit der Unsterblichkeit Darüber kann kein Zweifel bestehen Was uns der römische Rechtsanwalt Apuleius im letzten Kapitel seiner Metamorphosen Das Buch wird bei uns gewöhnlich der Goldene Esel genannt Um 150 n. Chr. über seine Einweihung in die ehemaligen Isis-Mysterien erzählt Wovon noch die Rede sein wird, bestätigt das nur Dass die Abbildung auf der Louvre-Stähle Osiris-Mysterien darstellt Darüber herrscht keinerlei Meinungsverschiedenheit So viel aber hat jeder Leser nun schon über die ägyptische Art erfahren Die logische Bedenken nicht kannte Dass man neben der Erklärung, die Käse gibt Ruhig die Mores bestehen lassen kann Es ist echt ägyptisch Wenn wir in der Abbildung neben und zwischen den Darstellungen aus altbekannten Mythen Wie Käse erklärt Darstellungen aus einer neuen Erlebnisweise finden Wie sie sich besonders leicht an den Tekenu knopfen konnte Unter dessen Fell oder fellartiger Decke Sehr wohl der Tod zur Wiege des Lebens werden kann In dem auf den Tekenu unter dem Dunkel des Fels In sich selbst versunkenen ägyptischen Eingeweihten Konnten Seelenkräfte wirksam werden Von denen alle Mystiker zu berichten wissen Namentlich seit den Experimenten von De Rocha und Dürville mit Sensitiven Die sie in somnambulen Tiefschlaf versetzten Wobei ausdrücklich immer wieder betont wird Dass keiner von ihnen Auch die Sensitiven nicht Anhänger des Spiritismus sind Fängt man seit der Jahrhundertwende allmählich an Auch für diese Kräfte wieder Verständnis zu finden Obwohl sie sich nicht auf reine Gehirnfunktionen zurückführen lassen Also auch nicht auf die immer noch vorherrschende Psychologie Wiecells ist die Pokeaktion Weisstabad Ben Abonnade